Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr es schon gelesen habt, geht es heute um den Polestar 2, mit dem ich eine Probefahrt machen konnte. Auch wenn diese mit rund 15 Minuten recht kurz war, konnte ich doch einen kleinen Eindruck vom Polestar 2 erhalten. Die technischen Daten Angetrieben wird der Polestar 2 von zwei Elektromotoren jeweils an der Vorder- und Hinterachse ein. Die Gesamtleistung beträgt 300 kW, das sind rund 408 PS und das Drehmoment liegt bei 660 Newtonmeter. Die Batterie hat ein Volumen von 78 Kilowattstunden und ist aufgeteilt in 27 Module. Die Beschleunigung von 0 auf 100 schafft der Polestar 2 in 4,7 Sekunden, unabhängig davon, ob ihr das Performance-Modell habt oder nicht. Die Länge des Polestar 2 beträgt 4606 mm, die Höhe 1479 mm, die Breite inklusive Außenspiegel 1985 mm, der Radstand 2735 mm und die Bodenfreiheit 151 mm bzw. 146 mm beim Performance-Modell. Die rein elektrische Reichweite des Polestar 2 wird mit 471 km angegeben und der Stromverbrauch mit 19,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Kommen wir zu den Sitzen. Die Vordersitze lassen sich seriemäßig elektrisch einstellen, wobei die Vordersitze sogar über eine Vierwege-Lord-Dosenstütze verfügen. Die Einstellungen passen, zumal die Polestar-Sitze im Gegenzug zu den Volvo-Sitzen über höhenverstellbare Kopfstützen verfügen. So lässt sich der Sitz optimal anpassen, wobei die Höhenverstellung einen sehr großen Bereich abdeckt, doch dazu mehr in der Rubrik Rundumsicht. Was ich bei den Sitzen ebenfalls sehr gut finde, ist die Verlängerung der Sitzauflage. Sie lässt sich einfach mittels eines Griffes in der Mitte der Sitzfläche nach vorne herausziehen und bietet so eine größere Auflagefläche für die Oberschenkel. Die Einstellung des Fahrersitzes kann sowohl über die Memory-Tasten in der Tür als auch im System gespeichert und einem Schlüssel zugeordnet werden. So erkennt der Polestar gleich den Fahrer und stellt den Fahrersitz und die Spiegel entsprechend ein. Die Rücksitzbank. Gemessen an dem auf mich eingestellten Fahrersitz. Die Rücksitzbank ist seit meinem Volvo P245 die komfortabelste, auf der ich gesessen habe. Durch den unter der Rücksitzbank verbauten Akku hat man eine erhöhte Sitzposition, somit auch ein Stück weit eine Oberschenkelauflage, die bei anderen Autos mehr oder weniger fehlt. Auch die Sitzlehne passt zu dieser Sitzposition und bietet einen sehr guten Sitzkomfort. Der Nachteil dieser erhöhten Sitzposition ist jedoch die fehlende Kopffreiheit. Auch wenn der Innenraum durch das Panoramadach riesig wirkt, ist die Kopffreiheit für Leute meiner Größe gen Null angesiedelt. Sobald ich mich aufrecht hinsetze, stoße ich mit dem Kopf an das Glasdach. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich nicht so besonders angenehm finde. Das sind die weit in den Türausschnitt ragenden Rathäuser, die so das Ein- und Aussteigen nach hinten extrem einengen. Platzverhältnisse Nicht nur, dass es ein riesiges Raumgefühl durch das Panoramadach gibt, die Platzverhältnisse betrachte ich als ausreichend komfortabel. Es ist nicht wirklich beengt im Polster, zumindest wenn man zu dritt oder gar viert unterwegs ist. Einzig die wuchtige Mittelkonsole, die sich nach vorne hin verbreitert, engt ein wenig die Beinfreiheit ein, ist dabei jedoch nicht wirklich störend, sondern eher ungewohnt. Der Kofferraum. Spätestens an dieser Stelle sollten Vergleiche mit dem Tesla Model 3 ein jedes Ende haben. Im Gegensatz zum Tesla besitzt der Polster 2 eine große Heckklappe, also ein Vliesheck, über das der großzügige Kofferraum beladen werden kann. Dies übrigens auch mittels Fußwink sozusagen unterhalb der Stoßstange, denn da ist ein Sensor verbaut, der die Heckklappe automatisch öffnet. Dazu noch die Haltevorrichtung für Einkaufstaschen und das Staufach unterhalb des Kofferraumbodens. Wer mag, kann zur Erweiterung des Kofferraums auch noch einen Anhänger anhängen, sofern er sich die aufpreispflichtige Anhängerkupplung dazu bestellt. Mit dieser können Anhänger mit einem tatsächlichen Gesamtgewicht bis zu 1500 kg und einer Stützlast von 90 kg gezogen werden. Die Rundumsicht Mit Rundumsicht kann sich der Polster 2 wirklich nicht rühmen. Nach hinten ist die Sicht durch die flach abfallende Heckklappe stark eingeschränkt, zumal für die Rücksitze auch Kopfstützen verbaut sind, die die Sicht nach hinten zusätzlich einschränken. Hinzu kommen noch die breiten C-Säulen, die die Sicht seitlich nach hinten einschränken. Zu den Seiten selbst ist die Sicht durchschnittlich gut. Nur die Sicht nach vorne ist für größere Fahrer bzw. für Leute, die gerne erhöht sitzen, stark durch die große Box und den Rückspiegel in der Frontscheibe eingeschränkt. Fahrgefühl Ja, das Fahrgefühl ist, dass das Geld mehr als wert ist. Das Fahrwerk fühlt sich super an, die Lenk- und Bremseingriffe des Pilot Assist sind sanft und frühzeitig. Das Fahrgefühl auf dieser kleinen Teststrecke war stets ein sehr sicheres und komfortables. Sicherlich tragen auch die sehr guten Sitze dazu bei. Kommen wir zu den Fahrleistungen. Wie sollte man Fahrleistungen in einer Stadt testen? Das ging nur bei der Auffahrt auf die Autobahn und die Beschleunigung dabei war beinahe brutal. Von wegen man wird in die Sitze gepresst ist noch harmlos formuliert. Es geht schlagartig voran. Die 408 PS und 660 Nm Drehmoment sorgen für mehr als ausreichenden Vorschub. Das Fahrwerk. Was ich nach dieser kurzen Probefahrt überhaupt zu sagen kann, ist sehr gut. Im Stadtverkehr mit den für Berlin typischen Straßen ist man im Polster 2 sehr bequem unterwegs. Der Vorführwagen hatte jedoch auch das Performance-Paket mit den Öhlins Stoßdämpfern an Bord. Kommen wir jetzt zum Verbrauch. Angegeben wurden bei diesem Wagen bei 85 % eine Reichweite von 380 km. Wenn ich das jetzt auf 100 % hochrechne, so kommt man auf eine Reichweite von 447 km bei 100 % Akkuladung. Nehme ich jedoch den von Polster selbst angegebenen Wert von 19,2 kWh auf 100 km, dann wird es schon eng. Auch wenn ich den Vergleich mit dem Tesla Model 3 nicht gerade passend finde, so liegt der Verbrauch einfach zu hoch. Da ist selbst ein Kia e-Niro bei Tempo 180 sparsamer. Rechnet man jetzt mal die beiden Werte gegen, so kommt man bei der Frage, wie viel Kilometer man mit 19,2 kWh bei einer Akkukapazität von 78 kWh und einer angegebenen Reichweite von 471 km kommt, auf eine Reichweite von 115 km bei 19,2 kWh verbraucht. Rechnet man jedoch die 78 kWh Akkukapazität gegen einen Durchschnittsverbrauch von 19,2 kWh auf 100 km, so ergibt sich eine Reichweite von rund 406 km. Somit dürfte die reelle Reichweite irgendwo zwischen 400 und 440 km liegen und ganz sparsame werden mit Sicherheit auch mehr schaffen. Ausstattung. Ja, es gibt viele, die den Polestar 2 als Tesla Model 3 Killer betrachten, doch diese beiden Konzepte unterscheiden sich so sehr, dass ich diesen Vergleich nicht unbedingt als Maßstab heranziehen möchte. Während Tesla ein eigenes Konzept des Autos verfolgt, mir einen Computer auf Rädern zu bauen, der in Zukunft die Insassen selbstständig von A nach B fährt, dabei jedoch die Sicherheit der Insassen von vornherein als Priorität ansieht, ist Polestar immer noch ein Autobauer alter Schule, jedoch mit neuem Ansatz. Der Polestar geht zwar einen ganz neuen Weg und verknüpft beide Tugenden, die des traditionellen Autobauers und die von Tesla. Im Polestar gibt es wohl kaum etwas, was man vermissen wird. Es gibt auch hier einen adaptiven Tempomaten, der mit einem aktiven Spurhalteassistenten gekoppelt beinahe ein autonomes Fahren ermöglicht. Und die Spurführung ist hier wirklich sehr gut gelungen. Die Lenkbewegungen erscheinen hier nicht so ruppig, sondern sanft und vorausschauend. Wer gerne mit seinem Auto reden will, wird sich über das Google-Betriebssystem freuen. Ob Navigation, Telefonate oder die Temperaturwahl, alles kann per Sprachsteuerung bedient werden. Wie auch bei Tesla kann auch beim Polestar 2 die Einstellung von Sitz und Spiegel in Fahrprofilen hinterlegt werden. Kommen wir zur Sicherheit. Von jeher stand der Insassenschutz ganz hoch oben auf der Checkliste bei Volvo. Schon bei der Gründung und der Marktanführung des ersten Volvo, dem PW-Führer, dem Jakob 1927. Und das hat sich bis heute mit zahlreichen Patenten und Erfindungen durch die Geschichte gezogen. Denken wir nur an den heute selbstverständlichen 3-Punkt-Sicherheitsgurt, an die Verbundglas-Windschutzscheibe, um nur zwei zu nennen. Heute steht der Polestar 2 mit einer weiteren Neuerung auf dem Markt, dem achten Airbag, dem Innenseiten-Airbag. Der Polestar 2 verfügt über einen Innen-Airbag, der Fahrer und Beifahrer vor einem Zusammenstoß bei einem seitlichen oder seitlich versetzten Aufprall schützen soll. So bietet der in der Beifahrersitzlehne innen verbaute Airbag einen Schutz vor Verletzungen, die durch einen unfallbedingten Zusammenstoß der Insassen entstehen würden. Auch der Polestar 2 ist mit allen erdenklichen an Sicherheitssystemen und Assistenzfunktionen ausgestattet. Und das serienmäßig. Dazu gehört die ADHS-Technologie Pilot Assist, einem fortschrittlichen Fahrassistenzsystem, das Beschleunigungs-, Brems- und Lenkunterstützung von bis zu 130 kmh bietet. Hierbei bedient sich der Pilot Assist standortbezogenen Daten, mit denen die Beschleunigungsunterstützung an die tatsächliche Position des Fahrzeuges angepasst werden kann. Ferner gibt es noch einen Näherungssensor für andere Fahrzeuge vor-, hinter- und im toten Winkel des Fahrzeuges, sowie für Fußgänger und Radfahrer vor dem Fahrzeug mit Lenkunterstützung und autonomer Brems-Notbremsung. Dazu gesetzt sich noch, wie kann es auch anders sein, auch bei Polestar das Ava Soundsystem. Dieses Soundsystem soll Fußgänger vor einem herannahenden Elektroauto warnen. Die Verarbeitung. Die Verarbeitung ist typisch Volvo hochwertig. Hier klappert oder scheppert nichts. Alles fässt sich hochwertig an und ist sauber verarbeitet. Das Design. Das Design ist in meinen Augen der absolute Hammer. Bisher war Polestar nur die Performance-Marke von Volvo, hat also nur die Volvo-Modelle mit mehr Power beliefert, das Fahrwerk an die Leistung angepasst und noch ein wenig an der äußeren Erscheinung rumgefeilt. Doch Polestar ist jetzt als Volvo-Tochter ebenfalls Teil des Yeli-Konzerns, der bereits bei Volvo für eine neue Designsprache gesorgt hat, die historische Design-Elemente in die neue Designsprache und somit in die Gegenwart gebracht hat. So findet man zahlreiche Design-Elemente, die man auch bei Volvo findet. Und trotzdem ist der Polestar eigenständig von seiner gesamten Erscheinung. Ob es das Licht-Design oder die Formsprache der gesamten Karosserie ist, der Polestar 2 steht proper, maskulin und aufrecht erwachsen da. Nicht wie ein schüchterner Pubertärer, der mit seinen Muskeln spielen will. Und gerade das sieht man dem Polestar nicht an. Seine Power. Beinahe anonym, wie ein Vertreterauto der 90er Jahre untermotorisiert mit Beamtenausstattung. Bis man die inneren Werte sieht und erfährt. Mein Fazit. Im Großen und Ganzen ist der Polestar 2 ein absolut gelungenes Auto. Mit Einschränkungen, doch die betreffen nur Leute meines Formats, also meiner Größe. Kleinere Insassen empfinden es nicht so extrem oder vielleicht auch gar nicht. Was auch nicht zeitgemäß ist, ist der relativ hohe Verbrauch. Das geht auch anders. Und im Vergleich zum Volvo XC40, den es ja jetzt auch als vollelektrische Version gibt, scheint es wohl an dem Baukastensystem zu liegen, was Volvo und Polestar sich da aufteilen. Ich denke, dass Volvo und Polestar diesbezüglich noch nachlegen werden. In diesem System ist bestimmt noch Luft nach unten vorhanden. Das Fahrzeugkonzept als solches überzeugt völlig. Eine relativ geräumige Limousine mit großer Heckklappe und großem Kofferraum, der vor allem gut nutzbar ist. Was mich am Polestar 2 völlig überzeugt, sind die Sitze mit reichlich Verstellmöglichkeiten, höhenverstellbaren Kopfstützen und Lordosenstützen, ausziehbarer Oberschenkelauflage und bei den Ledersitzen mit Belüftung und vor allem einer super Optik in hellbraun mit hellen Holzeinlagen in der Mittelkonsole und im Armaturenbrett. Was mich auch überzeugt hat, ist das Zusammenspiel der elektrischen Einstellung und dem Google Betriebssystem, welches die Einstellung fahrerspezifischer Daten übernimmt. Also sprich, ich stelle Sitz und Spiegel ein und wenn ich mich mit meinem Schlüssel oder mit meinem Handy dem Auto nähere, wird sofort alles eingestellt. Also ich brauche als Fahrer nichts mehr einstellen, das wird alles automatisch von dem Google Betriebssystem übernommen. Auch finde ich die Kleinigkeiten wie den Polestar am Glashimmel, die animierten Rücklichter beim Starten des Fahrzeuges oder die Bedienung über das große, leicht ablesbare und intuitiv zu bedienende Displayklasse. Wer also ein etwas extravagantes Elektroauto mit hoher Qualität und Leistung kaufen möchte, ist beim Polestar 2 bestens aufgehoben. Das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Bericht über die Probefahrt und meinen Eindrücken mit dem Polestar 2. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und einen Daumen rauf da zu lassen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.